Jo, willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge, letztliche Clash of Clans mit mir in Thorsten. Fast hätte ich meinen, hätten die hier schon wieder verpennt, aber ist nicht ganz so schlimm. Ich habe es dann doch noch geschafft und da natürlich jetzt, wie war das nochmal, da natürlich Amazon immer noch keine Haarschnitte verkauft, musste ich doch mal zum Friseur gehen, aber die, die mich ja am Wochenende im Livestream gesehen haben, haben ja schon gesehen, dass ich mich das getraut habe, aber es gibt auch noch andere Leute, die sich was trauen, denn ihr habt es noch ein bisschen im Titel gesehen, also wir sind, ich will jetzt nicht sagen, wir sind jetzt tot gemoddet worden, aber ich glaube, wir wurden mal wieder Opfer von Clans oder von einem Clan, der extremst moddet, also anders kann man sich das fast nicht erklären. Ich muss jetzt mal eben gucken, dass ich hier auch richtig baue, denn ich wollte noch eben ein bisschen nachbauen, beziehungsweise nochmal eben einmal spenden, einmal requesten, Yetis noch mal, ich baue jetzt gerade eine Truppe nach, die eigentlich ein bisschen anders ist, als dass ich sie eigentlich bekommen habe, ich muss mal eben gucken, ob das passt, das passt nämlich nicht mehr ganz rein, okay, dann machen wir das ruhig so und jetzt müsste es wieder rein passen, dann passt es wieder, alles klar, aber gehen wir erstmal aufs Thema ein und damit habe ich euch schon willkommen geheißen, nein, willkommen zu einer weiteren Folge, Let's play Clash of Clans mit mir dem Thorsten, dessen Kamera gerade so ein bisschen schief steht da, wie ich gerade, das sind auch mal gerne so Sachen, die stören mich unheimlich, so Kleinigkeiten, wenn der nicht so akkurat passt und so, da bin ich halt so ein bisschen penibel, aber kommen wir mal zur Sache, also so ein bisschen, ja die Modderszene, naja, ich will jetzt nicht sagen Modderszene, also es gibt natürlich nach wie vor in Clash of Clans viele Leute, die nicht ganz so fair spielen, wie hier die Jungs von Spätzle mit Soz, aber das gibt es auch in jedem Spiel, also das gab es früher schon, ich spiele ja mittlerweile relativ lange Computerspiele und, okay, die mobilen Spiele noch nicht so lange, aber auch da gab es früher schon immer irgendwelche Tricks, Ticks, Exploits, die man ausnutzt oder dann, das bestes Beispiel ist glaube ich Diablo 2, das ist kaputt gecheatet worden am Ende und dann macht sowas natürlich auch keinen Spaß mehr, sowas gibt es hier leider auch bei Clash of Clans, also es gibt nach wie vor wohl so die Modprogramme, es gibt nach wie vor Leute, die Bases nachbauen, Angriffe trainieren und ihre Bots vielleicht sogar angreifen lassen, genau weiß ich es nicht, ich möchte mit dem Ganzen eigentlich nichts zu tun haben, aber man merkt es doch immer wieder, merkt man es jetzt so an den Angriffen oder merkt man es an den Strategien oder mehr, woran merkt man das? Ich denke, man merkt das schon an den Angriffen, ich meine ein guter Clan, der jetzt einen 2 Sterne auf eine Base holt und danach die Base 3 hat, weil er gesehen hat, aha, so hätte man angreifen können, sei mal dahingestellt, aber im letzten Clanky kann ich euch sagen, ist das hier, ich bin extra nochmal hier reingesprungen, war das hier ganz, nein, war das ganz, ganz extrem und immer, immer dann, wenn es so extrem wird, also es ist jetzt nicht so, nur weil wir verloren haben, moddelt gleich die ganze Welt, in keinster Weise, ja, in keinster Weise, das ist in der Tat nicht so, übrigens, bevor ich es vergesse, macht sowas nicht, also guckt euch nicht um nach irgendwelchen Clash of Clans, Hacks oder Gems oder Server oder was auch immer, macht es einfach nicht, lasst die Finger davon, spielt fair, bleibt fair gegenüber euch, gegenüber eurem Gewissen und auch gegenüber dem Gegner und, aber wenn uns ein Gegner so dermaßen abnatzt, mit 89 zu 69, ich meine, uns wurde freigestellt, ob wir angreifen wollen oder nicht, entschuldigt bitte, ich habe es nicht getan, ich habe es auch nicht geschafft, viel, viel, viel andere Sachen zu tun und allerdings ist das schon, ist das schon ziemlich krank, von 90 Sternen 89 gegen unsere Base zu machen, die sind unsere Base sind nicht schlecht, ja, also wenn die jetzt wirklich schlecht wären, dann würde ich sagen, okay, wir kriegen immer so um die 88 Sterne rein, das ist halt so, das ist natürlich nicht so, ja, und wenn man auch mal ein bisschen guckt, so ein Clan wie dieser hier, ein paar sind jetzt schon raus, sie spielen vielleicht, vielleicht trauen sich doch irgendwo Liga zu spielen, aber mit diesem Clan hier spielen die natürlich, ich meine, jetzt sind sie tatsächlich Meister 1 gelistet, die waren aber vorher noch in keiner Liga und, okay, Line ist das Tool, der Mother Gang, hätte ich fast mal gesagt, darüber trifft sich die Szene und also Line ist ein ganz normaler Messenger und der ist aber auch berüchtigt so ein bisschen so, dass Leute, die Modden gerne Line benutzen, warum auch immer, ich weiß gar nicht, es gibt sicherlich welche, die sind nochmal eine Ecke sicherer und, aber die anderen sind hier jetzt raus, in welchen Clans sie jetzt auch immer sind, ich sehe das jetzt gerade, achso, der ist ja geblieben, der ist ja geblieben, aber einige spielen sicherlich jetzt in anderen Clans und so wird natürlich nicht gleich so ein ganzer Clan gebannt, weil so ein paar auffällig wurden, sondern nur einige, Champions League 2, okay, aber ihr wisst, was ich meine und ihr kennt das sicherlich auch, wenn ihr euch so ein bisschen in diesen Gegenden hier bewegt, das ist eher unüblich, muss man ganz klar so sagen, das ist jetzt nicht, weil wir verloren haben, wir verlieren hier öfter mal, aber dass wir so deutlich verlieren, das ist eher dann schon die Ultra-Ultra-Ausnahme, muss man ganz klar so sagen und deswegen, manchmal, ich will jetzt nicht sagen, dass es auch auffällt, aber ich glaube, ich habe hier von den ein paar Angriffen, ich habe mir gar nicht viel angeschaut, Only Hybrid, alles mit Hybrid, also da war so gut wie nichts mit Yeti Smash oder Drachen oder mal so ein Exoten im Go La Loon oder sowas, gar nichts und so kannst du natürlich relativ viel Basis knacken, ja, mag sein, vielleicht haben sich da auch 40 Leute cool getroffen, die einfach nur gut drauf sind und gemeint haben, so den hauen wir jetzt mal fast ein Perfect War rein, was ich aber nicht so wirklich glaube, ich glaube es nicht, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch schon mal erlebt habt oder ihr so ein bisschen der Meinung seid, da geht was nicht mit rechten Dingen zu, ich meine, wie gesagt, ist es nichts dagegen, dass wir auch ab und zu mal verlieren und meinen dann, die ganze Welt moddert dann gleich gegen uns in keinster Weise, ja, gute CKs, merkt man so ein bisschen, sage ich mal, und auch gute Angreifer, aber dass es dann so extrem ist, das ist, glaube ich, eher die Ausnahme und da liegt die Vermutung einfach so ein bisschen nahe, so will ich jetzt mal sagen, ich will jetzt die Spätze mit SoS nicht in Schutz nehmen, aber ich weiß, dass wir hier halt absolut fair to play spielen und ja auch schon mal wegen der einen oder anderen krummen Sache aus der ESL vom ESL Qualifier nicht ausgeschieden sind, sondern disqualifiziert wurden, weil jemand halt mal ein Screenshot am Emulator gemacht hat, das ist auch nicht erlaubt und damit aufgeflogen ist und ist natürlich dann auch nicht im Sinne der sehr fehlen, also auch da sollte man dann wenigstens ein bisschen genauer über nachdenken, was man denn da eigentlich gerade tut und wegschickt. Aber sei es drum, einige Dreier gab es dann ja doch noch auf unserer Seite, also es ist jetzt nicht so, dass wir dann, also ich habe kampflos aufgegeben, ja, auch zeitmäßig, allerdings wurde angesagt, ihr braucht das nicht machen, macht das einfach um ein bisschen zu üben, klar hätte ich natürlich auch machen können, zwar angefangen, aber jetzt habe ich eben so ein bisschen schon mal so ein bisschen angehittet, ein bisschen geübt, im Moment muss ich sagen, bin ich mit dem 13er hier eher, na, wie soll ich sagen, ein klein wenig demotiviert, weil halt nichts Neues kommt. Ich meine, dann kommt auch mal bei mir so eine Phase, da kann ich dann plötzlich tatsächlich auch so ein Spiel dann nicht mehr in den Himmel loben, ich meine, ich lobe es natürlich in den Himmel, aber das, was alle so ein bisschen erwarten, vielleicht so ein kleines Update, eine Truppe mehr oder ein Bäumchen mehr, was auch immer, das ist sicherlich drin und dann wartet man dann natürlich auch so ein bisschen drauf, dass man wieder ein bisschen was ausgeben kann. Vielleicht kommt ja auch so eine absolute Ultra-Neuerung, sodass du dein Stuff auch immer wieder los, wie ist also dein überschüssiges, nicht überschüssiges Potenzial, sondern eher deine überschüssigen Ressourcen und dann ist sicherlich auch wieder so ein bisschen hier in diesem Bereich das Spaß, aber ich hatte ja schon vor ein paar Tagen in Erwähnung bezogen, dass ich, naja, vielleicht jetzt doch mal so ganz langsam Richtung Legende gehe, ja, mal gucken. Ich gewinne jetzt einfach immer jeden Kampf und dann gucken wir mal, wo wir so landen am Monatsende Season, das hat ja gerade angefangen, ich mache mal meine Tagesangriffe immer, weil so richtig farmen ist ja nicht und aber sobald meine Armee fertig ist, habe ich mir jetzt vorgenommen, greifst du mit dir an und machst einfach das Beste draus, also anders kann ich sagen. Mal gucken, der Türen hier, der Martin, hat hier angegriffen auf die Nummer 15 auch mit, an dem mit Yeti Smash, ok, 100% mit Yeti Smash ist seltener geworden, aber es gibt es natürlich noch, keine Frage, Sprungzauber, 3 Wutzauber und 4 Erdbebenzauber, kann man so machen, man kann auch ein Wut noch vielleicht mit 2 Fries verbinden oder gegen 2 Fries noch tauschen, allerdings ist 2 Wut dann auch schon ein bisschen zu wenig für so eine große Base, deswegen sagen sich viele lieber durchwuteln hier, so eine Base oder durchragen, als dass man 2 Fries irgendwo vielleicht auch noch einen verballert oder so, dann ist sicherlich besser, man nimmt gleich 3 Wut mit und kommt hier relativ sauber, dann durch diese Base, durch mit seinen Truppen, er ist das Scattershot fällt hier in der Mitte, wird schützt, ein bisschen gefrostet, ich gehe mal ein bisschen näher rein, aber ihr habt ja gestern schon mitgekriegt, mein im Moment tatsächlich mein favorisiertes Rathaus ist Rathaus 12 zur Zeit und nicht, weil ich da gestern mal auch zufällig 3 Stellen mitgeholt habe, sondern eher, weil es im Moment wirklich Spaß macht da, dass viele Gold und dass viele Elex ranzukarren für die ganzen Sachen, die man noch updaten muss und das nimmt leider so ein bisschen ab, ich meine vielleicht sagt ihr, Toto, wenn du eine Legende bist, dann wirst du wieder den absolut geilen, super Spaß haben an den 8 Angriffen pro Tag, die ich vielleicht gar nicht alle schaffe, mag ja sein. Und deswegen gebe ich natürlich hier nicht auf oder gebe mich nicht mit dem 13er auf, es gibt reichlich zu tun bei mir mit den anderen Accounts auch noch, ich kriege jetzt noch einen frischen 9er mit dazu und Chefkoch gerade so frisch 10 hat auch reichlich zu tun, ich muss jetzt erstmal Bases klauen, ein bisschen modifizieren für die Liga und so weiter und so fort, Liga gehe ich übrigens erst morgen so ein bisschen drauf ein, weil viele Ligen starten erst heute oder heute Nacht deutscher Zeit und deswegen habe ich gedacht, ich wollte dieses wenigstens auch nicht vor der nächsten Wartung verpassen, um uns das so ein bisschen nahe zu bringen, aber naja, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr tot, ob ihr gemoddet wurde oder nicht gemoddet wurde, keine Ahnung, mittlerweile ist es ja auch so, dass wieder einige Spieler, die eigentlich schon auf den Bandlisten dieser Welt standen, wieder spielen können, ich will dir mal Eyewitness zeigen, was ist mit dem los hier? Wieso mal Eyewitness? Ich nehme mal ihn her. Und, ähm, sondern Supercell im Moment oder vermutlich nicht mehr in die Vergangenheit guckt, was hat der Spieler mal gemacht, ist er schon mal, ich meine, wenn der Spieler schon mal gebannt wurde, dann ist er sowieso raus, dann hat er den Account nicht mehr, aber es gibt ja auch Bands, die sind nicht ein Leben lang oder der Account ist weg, sondern es gibt natürlich auch Bands, die sind wochenweise, zwei Wochen, ein Monat oder was auch immer und, ähm, dementsprechend guckt man dann eher, was haben diese Leute jetzt gemacht, spielen sie jetzt Fairplay oder ist es nicht mehr so? Mag auch sein. Mag auch sein. Ich meine, wenn du mit einem Account raus bist, dann ist es eigentlich schon schwer, rauszufinden, ah, jetzt hat er einen zweiten Account, woher auch immer, weiß der Geier, gekauft, selber hochgezogen oder, weiß der Geier, und, ähm, dass, äh, ich sag mal, dann eine Firma rauskommt, hey, das ist der Spieler YY, den haben wir schon mal gebannt mit einem anderen Account, das glaube ich auch nicht wirklich. Ich meine, solche Sachen machen auch die, machen auch so ein bisschen die Runde, aber, dass, dass man dann IP-Adress-Bereiche dann identifiziert, die schon mal gleich sind mit verschiedenen Accounts, das ist ja bei mir auch so, ich komme ja auch mit einer IP nach außen, äh, wo ich, ähm, etliche Accounts drüber spiele, also, da wird man ja nicht, mich nicht gleich des Cheatens und Modens oder des Unfaire, der Unfaire Spielweise ranbekommen. Schön gemacht hier, auf die so ähnlich E2Base, andersrum, auf den Kopf gestellt, hätte ich fast gesagt, und, äh, kommt über das Rathaus hier mit Hybridangriff auch, die Hawk Rider gehen in Richtung Rathaus, zusammen mit dem Miner ist natürlich optimal gewählt, hier worden wird sicherlich gleich gezündet, da ist das Rathaus aktiviert und fällt jetzt auch, ähm, wir haben noch einen Sprungzauber, wir haben noch einen Wutzauber und zwei, da haben also zwei, ähm, Frieszauber, so, der Wut kam hier aber nicht schlecht, ich frage mich nur gerade, okay, Queen springt da nochmal, der Worden geht da ja sowieso rüber und, ähm, der Rollchampion wird hier sicherlich gleich auch noch mit zur Ergänzung auf einer Flanke geschickt, da kommt er raus hier unten auf 18 Uhr, nicht ganz, so 17 Uhr waren's und, ähm, hilft dann hier auf der, auf der Ecke hier unten, macht er auch ganz, streift schon mal ein bisschen den, den Adler vor allen Dingen auch an und räumt hier unten noch knackig auf, dann kann das schon Laki und Loon ein bisschen zur Hilfe kommen und, ähm, schön gemacht hier, aber ich glaube, äh, meine oder nicht meine, unsere Leute hier sind erfahren genug, dass sie hier so eine Base eigentlich immer, ähm, legen, so eine weltbekannte Base oder ein weltbekanntes Design, wo schon etliche Leute verschiedene Taktiken drauf gemacht haben, also, durchaus üblich, schön gemacht hier vom, ja, ASK, Apo glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ne, ich glaube nicht Apo, äh, warte mal, Apo, K.O., Bo, 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 ich frage mal nach, ich muss mal in unserer Namensliste gucken, sehr, sehr schwierig, naja, egal, ich wollte es nur für euch mal festhalten, aber ihr könnt ja selber mal eure Meinung reinpinnen und, äh, wenn meine Helden jetzt gleich soweit sind und, oh, meine Helden sind sogar soweit, dann kann ich mit dieser Truppe gleich andreifen, ich mache noch einen kurzen Cut, denn, äh, vier Sekunden, okay, Leute, die vier Sekunden cutte ich euch jetzt auch nicht mehr, das lohnt sich nicht, dann gehen wir direkt in die Suche rein, also, ich habe eine Armee, äh, das hat sich der Niko OVO gewünscht, äh, das ist so ein bisschen Wunsch bei mir, was, was heißt Wunsch, das ist so ein bisschen gewünscht, das kommt aus einer kleinen Applikation in meinen Livestreams, da gibt es ein sogenanntes Glücksrad und das kann man dort mit Kanalpunkten kaufen oder ich lasse es ab und zu auch mal so einfach so laufen, da kann man, äh, ich sage mal einen Dorfbesuch gewinnen, man kann in meine Friendslist reinlanden, man kann, ähm, mir einen Armeevorschlag machen, wie er das gemacht hat und mir ist eigentlich selber überlassen, ob ich das im Stream abarbeite oder ob ich sage, pass mal auf, schick mal eine Meldung, ich arbeite das in einem meiner Folgen ab und das will ich jetzt auch machen, also hat er mir diese Armee hier aufgedröhnt, ähm, da muss ich natürlich reingehen, und zwar vier Heiler, zwei Päcker, ein paar Bohler, ein Luftschiff, hat er Luftschiff? Äh, 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 von Lagerungsmaschine Maw, von Nächter, okay, äh, okay, dann nehmen wir den mal, hm, bin ich, oder, den habe ich schon ewig nicht mehr gesetzt, Leute, ich kann den gar nicht mehr spielen, und dann soll ich damit was machen, alles klar, ja, mache ich, mache ich, mache ich, mein Lieber, mitgehangen, mitgefangen, so muss ich es ja leider sagen, oh, die ist ganz, ganz ähnlich wie die, die ich eben hatte, äh, kann ich da nicht schon mal hier so ein Bohler was auslösen lassen, was ist denn da, oh, da ist die Tornadofalle schon mal ausgelöst, das ist fresh, okay, das ist fresh, aber ich denke, äh, man soll hier mit irgendetwas funneln, ich habe allerdings keine Lungen, es ist ein bisschen doof, dass ich hier gar nicht so gut reagieren oder agieren kann, und, ähm, dann nehmen wir mal hier einfach unsere Queen, schmeißen die hier ins, ins kalte Feuer, oh, 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 da kommt ja tatsächlich Clean, äh, Clean wollte ich gerade sagen, da kommt ja tatsächlich Clanbook auf mich zu, alles klar, da kommt Clanbook auf mich zu, oh, der Heilsauer ist nicht, ich glaube, der Heilsauer ist nicht, mein Wut, zwei Frost eingibt, ein Heiler, doch, der Heilsauer ist doch richtig, Leute, alles klar, der Heilsauer war richtig, entschuldigt bitte, dass ich noch mal in eine andere für euch ungewohnte Richtung geschaut habe, so, jetzt müssen die hier aber reingehen, durch die Lücke hier zwei Päcker mit da rein, noch die Bohler nicht vergessen, und, ähm, oh, 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 da macht der mir schon alles kaputt, da, der, der, der Kollege, okay, dann nehmen wir da mal unseren Sprung, damit wir hier so ein bisschen besser reinkommen, Alter, ist das wieder zäh, ich muss wieder alles geben, um das Rathaus zu kriegen, macht aber nichts, das kriegen wir in jedem Fall, hier ziehen wir noch mal den Frost rein, ich zünde mal meine Champion-Naht hin, und, oh, gar nicht mal schlecht, okay, den haben wir in jedem Fall geschafft hier, dann kriegen wir noch ein paar Medaillen mit dazu, äh, was jetzt auch gar nicht mal so schlecht ist, unten schaffen wir den Entferno auch noch, und ich habe jetzt allerdings auch keine Ah, doch, ein paar Yiddies habe ich noch, und, äh, Päcker ist da auch noch mit dazu, äh, nee, kein Päcker mehr, kein Päcker mehr, aber ein, ein Bowler oder sowas, und außen gibt es jetzt nur noch Bomben-Türme, boah, das werden wieder drei Sterne, also 23 Pokale für mich, ich denke, das wären drei Sterne, ich will das jetzt nicht callen, aber ich glaube, das wären drei Sterne, und, äh, so ähnlich wird das dann ja auch in der, denke ich mal, ähm, Legenden-Liga abgehen, dass man, äh, schnell einen Angriff hat, das war ja jetzt nicht lange gesucht, ich glaube, das war gerade der erste Klick, ne, ja, sein, ich glaube, das war sogar der erste Klick, ja, müsste ich gleich nochmal zurückspulen, und, ähm, dann machen wir hier aber drei Sterne, 55 Sekunden noch Zeit, ja, perfekt, Jo, und damit sind wir durch, wunderbar, 23 für mich, ähm, ich, wüsste was, ich baue die einfach nochmal nach, das ist ja für mich immer so ein bisschen das Leichteste, allerdings, habe ich jetzt von den, von den, ähm, oder habe ich jetzt drei von denen, ein bisschen doof, aber ich, okay, dann nehme ich gleich den nächsten davon, und mache das mal so, glaube ich, ich mache das mal so, den nehme ich raus, und nehme dafür nochmal Zeppelin, äh, ich glaube, so machen wir das mal, ja, so passt das, äh, hier fehlt jetzt gerade der Heil, was habe ich nicht genommen, ne, irgendwas fehlt, da warte mal, irgendwas fehlt hier, ah, okay, da fehlte der Giftsauer, alles klar, jo, habe ich damit abgearbeitet, Nico, danke für den, ähm, Armee-Vorschlag, und, oh, lang, lang, ich, es wird schon wieder eine lange Folge, sehe ich gerade, aber ist nicht so schlimm, ich habe auch ein bisschen verpeilt, dass wir ja an dem Kriegsmontag eigentlich keine Folge hatten, sondern da habe ich live gestreamt, und deswegen haue ich euch auf den Mitclash halt auch eine normale Folge mit rein, ich hoffe, das hat euch ganz gut gefallen, wenn ja, dann lasst mal einfach jetzt einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, und dann sehen wir uns in dieser Woche ganz, ganz sicher in ein paar freshen Folgen und natürlich auch wieder mit ein paar Lives in Design, ciao, ciao, euer Toto, Clashed!